So meine Freunde, B-Monster am Start für euch. Heute geht es um die große Wasserprüfung auf der zweiten Insel. Es ist die erste Prüfung, die ihr erledigen müsst, nachdem ihr gegen Käpt'n oder ja gegen Inselkönig eigentlich Halla gekämpft habt. Und ja Leute, auf Insel 2 kann man schon sagen, es werden die Daumenschrauben angezogen. Gerade was die Prüfung betrifft, sie sind teilweise richtig, richtig knackig und zwar nicht die Prüfung allgemein, die sind meistens relativ einfach sogar. Aber es geht um die Herrscher-Pokémon. Und hier haben wir Luzardin in der Schulform als Herrscher-Pokémon. Und wir halten fest Leute, Luzardin in der Schulform, damit ist nicht zu spaßen. Das sage ich euch so wie es ist, damit ist absolut nicht zu spaßen. Dieses Pokémon ist knackig, knackig stark, denn, ich suche mal ganz schnell die Stats rausnehmen, weil es hat richtig, richtig krasse Stats. Und es hat auch Pokémon dabei, die es sehr, sehr gut supporten, beziehungsweise ein Pokémon, was es wirklich sehr, sehr gut supportet. Und zwar hat Luzardin in der Schulform 45 HP, 140 Attack, 130 Defense, 140 Special Attack, 135 Special Defense und 30 Speed. Ja, man muss dazu sagen, es ist auch langsam, aber es kann dafür auch relativ viel tanken, denn es ist Balki wie Sau. Und ihr habt ein Problem bei diesem Pokémon, habt ein großes Problem, wenn dieses Pokémon ein Mammolida als Unterstützungspokémon dabei hat. Der Mammolida supportet dieses Pokémon so gut, dass es richtig, richtig schwer werden kann, dieses Duo, dieses Insel-Pokémon-Duo zu besiegen. Und ich kann euch wirklich bloß den Tipp geben, schlagt so schnell und so hart zu, wie ihr könnt. Macht im besten Fall Chip-Damage. Und ich habe euch mal sechs Pokémon rausgesucht, die ihr nutzen könnt, die ihr fangen könnt, unabhängig von euren Start-Pokémon. Da haben wir zum einen Pikachu und Magantilo, die ihr gleich auf der ersten Insel fangen könnt. Relativ zeitig gibt es Pichu zu fangen. Also, was sich, wenn man es oft im Team hat, um die Sanftglocke gibt, ungefähr für 18, 19, 20, 21 entwickeln wird. Dann habt ihr Magantilo am Start, was auch relativ gut ist gegen dieses Pokémon. Und der Underdog, weil, sehr, sehr unterschätzt, aber trotzdem gut, Alola Slimer kann sehr, sehr gut sein wie dieses Pokémon. Durch den Giftgriff kann es das Pokémon vergiften, was natürlich permanenten Chip-Damage auf dem Beherrscher-Pokémon macht. Das ist natürlich sehr, sehr gut und spielt euch in die Hände, denn so habt ihr permanenten Damage drauf und könnt noch extra mal dazu angreifen. Und wir haben unsere drei kleinen Pflanzen-Pokémon, nämlich Lillmenip, Waumball und das kleine Pflanzen-Pokémon auf Route 5, dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber ihr wisst bestimmt alle, wie es heißt. Ich komme bloß gerade nicht drauf. Es ist relativ schwierig, dieses Pokémon zu besitzen. Es ist nicht so möglich, aber es ist relativ schwierig seit auf Level 20. Das kann ich euch schon mal als Tipp mitgeben. Level 20 ist eigentlich so, das, was ihr sein solltet auf jeden Fall, wenn ihr da reingeht in diese Prüfung. Imantis heißt das Pokémon, Imantis. Und nehmt Tränke mit, nehmt Beleber mit, so viel ihr könnt, denn es kann wirklich sehr, sehr schwer werden. Insel 2 ist nicht von schlechten Eltern gerade, was die Prüfung angeht. Wir kommen ja auch noch zur Feuerprüfung und bei der Pflanzenprüfung bin selbst ich abgekackt einmal. Und das ist auf jeden Fall nicht gerade so easy wie gedacht, denn die erste Prüfung ist ja vielen relativ leicht gefallen. Aber Prüfung 2, 3 und 4, also Pflanzen, Feuer, Wasser sind gar nicht mal so easy. Und wie gesagt, ihr habt halt mit diesen 6 Pokémon eine gute Option, das zu gewinnen. Ihr müsst natürlich nicht alle 6 mitnehmen. Es reicht zu, wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr sowieso schon einen Alola Slime trainiert, eventuell noch einen Pikachu und eine Pflanzen-Pokémon mitnehmt. Ihr habt da eigentlich ein gutes, ausschlagkräftiges und ausschlagkräftiges Team. Ihr seht schon, rechte Hand supportet das Pokémon. Und es macht noch mehr Damage und ich konnte mich hier wirklich nur durchkämpfen mit meinem kleinen Boutz. Weil Rasierband hat beide Pokémon angehettet und das war halt ziemlich, ziemlich gut in der Situation. Und mein Boutz hat halt einfach sauviel getankt. Ihr seht ja schon, die Agroknarre macht selbst nach dem Boost von rechter Hand nicht viel Damage. Und das war halt mein großes Glück. Also wenn ihr Boutz als Shop-Pokémon habt, könnt ihr natürlich schon Boutz mitnehmen als 20 Pokémon. Aber alle anderen mit Robball und Flamia nutzen im besten Fall die Pokémon, die ich da aufgelistet habe. Und ich würde sagen, das war es von der Wasserprüfung. Wir sehen uns dann im nächsten Video mit der Feuerprüfung. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein kleines Däumchen nach oben da. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, was sich eventuell verbessern sollte in den Videos. Und ja, ich bin sehr gespannt über eure Kritik. Eventuell könnt ihr dazu schreiben, ob ihr die Prüfung relativ einfach fandet, ob ihr Probleme hattet, ob ihr es nach einem dritten Versuch ausgeschafft habt, würde mich mal interessieren, wie ihr die ganze Sache so findet. Die Inselprüfungen sind keine schlechte Idee. Ich habe sie selbst nicht so cool gefunden zum Anfang, aber mittlerweile finde ich sie sehr anspruchsvoll, gerade was diese schwereren Sachen angeht. Und ich bin sehr gespannt über eure Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ich bin der B. und ihr seid die Besten. Und ciao. Bis dahin, haut rein.